Hallo auf der Saar-Drucks, mal zu einem etwas anderen Format. Ihr seht es schon im Titel, Rede-Runde habe ich das Ganze genannt. Und in dem Format möchte ich einfach mal Dinge erzählen, die mir durch den Kopf gehen oder sonst was. Und im Anschluss natürlich auch ein paar Fragen von euch beantworten. Dazu komme ich aber ganz zum Schluss nochmal. Fangen wir erst mal an, also wofür das Format ist, hatte ich schon gesagt, zum Reden, bis danach. Dann komme ich gleich zum nächsten Thema und zwar das Thema Re-Uploads. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja letztes Jahr im August meine Kanäle zusammengelegt. Und gerade auf Barca Aktuell habe ich ja etwas, sagen wir mal, aufwendigere Videos gemacht. Unter anderem Messeberichte, Interviews und so weiter und so fort. Und all diese Formate werde ich hier hochladen. Also Interviews, Messe, Videos, Impressionen, Eindrücke, sonst sowas. Und die werde ich demnächst, wenn ich mal keine Unboxings habe oder irgendwas anderes, einfach mal als Lückenfüller mit dazwischen schieben. Wird dann aber natürlich mit Re-Upload auch gekennzeichnet. Als nächstes eine Frage an euch. Und zwar, ich hatte mal überlegt, vielleicht nochmal das Streamen zu probieren. Und wollte erst mal fragen, ob überhaupt Interesse diesbezüglich besteht. Also so Spiele, Overwatch, PUBG, Killing Floor spiele ich oft. Da würde ich das einfach mal nebenbei laufen lassen, so weiter und so fort. Und gucken, wie das Ganze läuft. Könnt ihr gerne mal oben in der Infocard abstimmen. Ansonsten gerne in die Kommentare und Senf dazugeben. Dann das nächste Instagram, also der Social Media, wo man Bilder posten kann. Sollte jeden ein Begriff sein. Habe ich jetzt gesplittet. Einmal in Normal und einmal in Cosplay. Beide Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann wird das jetzt so ein wirklich kurzes Video. Jetzt wäre quasi eure Zeit, wo ihr Fragen stellen könnt. Und ich gehe da drauf ein. Könnt ihr jetzt gerne unter diesem Video schon machen. Mit dem Hashtag Räderunde, dass ich das besser rausfiltern kann. Und dann sehen wir uns schon beim zweiten Teil Räderunde. Ciao, bis zum nächsten Mal.